Ich bin gespannt auf die Meinung von den Experten, die auch vorher gesagt haben, es ist Penalti gewesen. Es ist eine ähnliche Szene wie bei Yves gegen sie haben wir gesehen. Es gibt immer eine kurze Berührung. Jetzt ist der Arm auf der Schulter. Und ja, es ist halt einfach so, wenn man mit...